Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von kanalem schön dass du heute wieder eingeschaut hast freut mich auf jeden fall sehr und ja ihr merkt schon so sehr laut reden hier im hintergrund ist ein wasserfall ja wir sind hier gerade in Palmanova auf dem Minigolfplatz Phantasia und ihr seht schon wir sind hier schon auf der Bahn sind gerade bei Loch 2 ja hier der Minigolfplatz Phantasia ist ein sehr schön gestalteter Minigolfplatz hier auch eben in einer schönen Landschaft drin hier sind wirklich so kleine Flüsse da eben der Wasserfall dankeschön da werden wir gleich auch noch hinkommen wir werden dann über den Wasserfall drüber spielen müssen über so einen kleinen Fluss und so werden wir dann gleich aber sehen ja wir sind jetzt eben hier bei Loch 2 Loch 1 habe ich gerade wieder schön versemmelt fünf Schläge gebraucht perfekt ja dann würde ich sagen wir machen aber weiter mit Loch 2 und sehen uns dann nachher mal bei ein paar spezielleren Löchern die auch sehr schön gestaltet sind so wir sind jetzt bei Loch Nummer 4 Bahnstandard sind ungefähr drei Schläge gucken wir mal ob wir das schaffen oder vielleicht sogar mit zwei gucken wir mal ich glaube das war dann wieder mit den drei Schnellen perfekt ich probiere mal was ich probiere mal was ich probiere es einfach mal ich probiere es einfach mal perfekt wenigstens hat das geklappt vier Schläge macht mal nichts jetzt kommt meine Lieblingsbahn naja nicht meine Lieblingsbahn aber meine ja sagen wir mal beste Bahn wo ich immer am besten abgeschnitten habe hier Loch Nummer 5 da habe ich meistens immer ein Hole in One geschafft mal gucken ob wir das wieder schaffen so gucken wir mal ob wir das wieder schaffen mit dem Hole in One Standort sind drei Wollen wir mal gucken wir mal gucken da ist hier nichts das ist jetzt schon Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020